Zunächst kommst du einmal über die Seite in die Rückenlage. Stelle beide Beine ganz bequem auf, erst einmal um dich richtig hinzulegen. Wenn du gut liegst, machst du die Beine lang und schließt die Beine. Die Arme gehen komplett unter das Gesäß und unter den Rücken, so weit wie es geht. Meine Handinflächen sind jetzt auf der Matte und das Gesäß liegt jetzt auf dem Handrücken. Lass den Bauch ganz entspannt, die Füße auch. Atme ein, hebe Kopf und Oberkörper, drücke die Ellenbogen in die Matte, atme aus, lege den Kopf sanft auf die Matte auf. Füße kannst du locker lassen oder auch heranziehen, wie du möchtest. Drücke die Ellenbogen ordentlich in die Matte, der Kopf hat kaum Kontakt oder keinen großen Kontakt mit Druck zur Matte. Atme tief durch, höhle den Rücken schön, komme heraus, lege den Rücken und den Kopf ab, Hände lösen, neben die Matte legen, Beine ein bisschen öffnen. Gerne danach etwas entspannen. Wenn du möchtest, ziehst du die Knie nacheinander an die Brust und pendelst etwas nach rechts und links, um den unteren Rücken eine kleine Massage zu geben. Beine abstellen, komme in die Seitenlage, drücke dich langsam nach oben. So ist das Hochkommen einfach am rückenschonendsten und einfach am einfachsten, wie ich finde. Probier es selber mal aus, wie du am besten hochkommst. Ja, danach nicht zu schnell aufstehen wegen des Kreislaufes, aber ansonsten war das der Fisch. Das war die Übung der Fisch, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Übung, um den Rücken zu kräftigen, um den Brustbereich zu öffnen, um den Bauch zu dehnen. Alle andere Wirkungen schreibe ich dir noch nach unten in die Infobox. Probier es einfach auch mal aus, wenn du Lust hast, es tut wirklich sehr, sehr gut. Und danach fühlt man sich wie immer nach dem Yoga, um vieles, vieles besser. Wenn du noch Interesse an weiteren Yoga-Übungen hast, klick dich hier zur Playlist Yoga. Hier oben geht es direkt in die Küche zur Playlist Kochen und hier unten gibt es viele Tipps und Tricks. Hab eine schöne Woche und bis bald. Tschüss! Bab 11 Bab 23 Bab 23 Bab 22 Bab 22 Bab 23 Vielen Dank.